Und du beobachtest du immerhin da? Die Stimme geht gar nicht, oder? Also das ist sogar noch schlimmer als Kakashi. Aber... die Pretty Ladies... Training first! Now, let's begin your training. To walk on water, you have to build up chakra at the points of contact and also constantly adjust it in order to maintain your balance on the water's shifting surface. Huh? Go on, try it! Ja... Na toll. Wie mach ich das denn? Ah, das war's, was du gewollt! Ja, ich brauch wirklich Hilfe. Ah, das war's, was du gewollt! Boah, wie viel Chakra wir haben! Und hatte der jetzt in dem Videoclip eine andere Stimme als hier im Spiel? Vielleicht haben sie auch gar nicht die originale Stimme bekommen. Aber trotzdem haben sie dann eine scheiß Stimme genommen. Ja, man! Ja, man! Was geht ab? Alles klar! Ups! Tut mir leid, ich hätte Bohnen zum Mittag... Ich brauch mal Lebensenergie! Wie viel Lebensenergie! Lebensenergie! Das ist einfach nur krass eigentlich! Ups! ... 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 Irgendwann ist man schon fast gezwungen, Lebensenergie zu machen, ne? Ich habe mein Brot in der Pf... Hey da, Naruto! Wo ist der andere Typ? Da... Oh, das ist so schmerzend. Hallo, Naruto! Memo-Clip auffrischen... Okay... Welcome! I don't have a mission for you right now, Naruto. You've been working really hard. Why don't you take a day off and spend some time down by the lake? What? The lake? I don't want a day off, I want a mission! Naruto! A good ninja follows orders. Go to the lake! Fine, but I'm gonna find a mission down there. A really cool one. Just you wait! Okay... Okay... Na gut, dann gehen wir wohl mal zum... See... Moment mal... Ich möchte noch mal ganz kurz hier rein gucken... Was kann ich für dich tun? Oh... Ah, moving up in the world! Ah... Moving up in the world! Ah... Always worth paying a bit more for better quality! Die beiden? Scheiße, das kann ich mir nicht ganz leisten. 75 Dollar fehlen mir. Äh, 25. Das ist doch kacke, oder? Das muss ich mir mal eben besorgen. Ich glaube, ich kriege dann... Das habe ich auch noch gar nicht gezeigt, stimmt, dann kann ich das gleich mal verbinden. Ich glaube nämlich, ich kriege ja auch Geld dann. Ich kriege ja Geld, ich kriege auch Geld. Genau, genau, genau. Dann glauben wir uns gleich auch, dass wir, wenn wir Schaden machen, die Lebensenergie zurückkommen. Ich glaube, dann bin ich wirklich echt unbesiegbar fast. Nein, Spaß. Aber es ist ein ganz gut unterstützender Perk, sage ich mal. Ich habe noch einen, jetzt! Hättet ihr euch schon gedacht, dass so das Rahmen ausliefern abgeht? Das ist echt crazy shit. Dass du schnell sein musst, um die Ware abzuliefern. Fuck. So. Wie hieß das Ding jetzt? Gesundheit entziehen. One of my personal favorites. Ah, schon kurz, ganz kurz gucken. Stärke. Glück. Zack. Alles klar, super. Das sollte, glaube ich, gar nicht mal so schlecht sein. Wir werden mal im nächsten Kampf sehen, wie gut das ist, dieses automatische Blocken. Ich meine, ich gebe mir Mühe mit den Blocken. Geil. Direkt eine goldene Münze, nehmen sie doch mit. Hallo, Rudeau, what's up? Hey. Hey. Hey, warte mal. Super. 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 Hallo Naruto, ich glaube das ist genug Training für jetzt. Oh, Naruto, hallo. So, können wir uns dann irgendwas kaufen? Ich glaube, ich spare erstmal die Kampfpunkte. Oh, es ist dich, da bist du. Schau, ich habe Arbeit für dich. Einige Bandits haben einen Pfarrer aus den Städten gebrochen. Ich brauche dich, um sie zu finden und zu retten, was sie gebrochen haben. Der Pfarrer sollte dir sagen, welcher Weg sie gingen. Du kannst ihn in seinem Marktstall finden, in der Stadt. Finde den Bauern und rede mit ihm über die Banditen. Alles klar. Alles klar. Und bei dir? Boah, Alter. Das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Das war knapp. Ich habe sie weggezogen, aber sie haben meine Schmacht genommen. Ich habe meine Schmacht zurück. Okay. Ist aber nicht der Wald, wo wir... Nein, ist er nicht. na gut leute obwohl ich überlege ich glaube wir machen das beim nächsten mal ich verabschiede mich jetzt erstmal und wir können aber ganz kurz gucken auf die statistik wie weit sind wir denn mittlerweile 50 prozent beliebtheit und so weiter hier das wichtige ist ninja mission 19 von 25 haben wir viele sind es jetzt nicht mehr ich bedanke mich wie gesagt fürs zusehen wenn euch die videos gefallen würde ich mich sehr sehr freuen wenn ihr die auch bewerten würdet und schaltet auch beim nächsten mal mit einem wenn wir weitermachen hoffe ich doch und ja hau rein leute und tschüss